Ein Starter-Set, was weißere Zähne verspricht, das schauen wir uns an. Zuerst gibt es hier mal dreimal diese Gele, dann gibt es eine UV-Lampe, die ist mit Batterie. Hier drückt man das Ganze, hier sind diese kleinen UV-Lampen, passend dazu natürlich ein Abdruck für oben und unten, dann eine Farbnuance, da kann man dann wirklich testen und ein Behälter, wo man dann die Abdrücke das nächste Mal wieder reinlegt. Bevor wir mit diesem Video anfangen, muss ich euch heute leider enttäuschen, das ist eine Tinkto-Möglichkeit in 60 Sekunden diese Anwendung zu machen. Schaut gerne unten in der Infobox, da werde ich euch natürlich den Link setzen und in der Story werde ich euch bekannt geben, wann das Video online geht. Aber ich möchte noch eins loswerden, ich bin jahrelang Zahnassistentin gewesen und ich weiß, wenn man das auf Dauer macht, ist es schädlich fürs Zahnschmelz, wenn man es so einmal im Jahr oder macht, ist es okay.